okay okay das ist auch geil aber sowas von noch mal rein okay die maximale gesundheit von hell nimmt über zeit ab feinde explodieren wenn sie sterben stärker machen auf alle fälle ja ja wieso nicht ich würde mal sagen oder die uhr verarschung oder ich hab mir doch gehabt vielleicht das andere an aber sicher nicht ich bin ja ja ist nicht böse aber wir kommen also teppert sei sondern ganz das untere und tschüss aber jetzt aber jetzt ja ja geht ja hier passt heilungstank mussten wir nicht unbedingt aktivieren das ist ja das praktische das gute ist wenigstens wenn wirklich ein paar feinde kommen kann ich mir jedes mal meine macht verstehe das ist das geil okay okay gut zu wissen gut zu wissen ja aber sowas von vernext ja bewegte die bewegte 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 aber jetzt aber jetzt entweder geht er jetzt in den schuss rein oder jetzt bin ich unerfahrtsam das ist mir wurscht das hat sich schon ausgedeinnt das hat sich schon ausgedeinnt ah 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 nur von den XP her relativ wenig aber ja bitch gleich mal was blaues das sehe ich gern 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 aber ich hoffe ja kommt langsam vielleicht in ein niveau hin aber trotzdem so loot mäßig enttäuscht mich grad das trotzdem ein bisschen ja boss wechsel definitiv gehen wir einfach gehen wir einfach zu jedem boss ein in dem was gibt jeden einmal durch ausprobieren hätte ich gesagt hätte ich gesagt gehabt das finde ich schade dass ich da nicht extra so begünstigungspunkte daherkrieg nix so was hast du gesagt gehabt irgendwas mit für was kriege ich eigentlich da diese 10k also das ist wieder nur das geld weiter dieses so falle fehler damit man das schöne punkte entwicklungspotenzial feindliche champions sind mächtige warte kurz wuuuuhuua uuuhuuuuh a Reports ok 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 ja dann probieren wir es einmal probieren wir es einmal dann bin ich vielleicht gefickt wollen wir wirklich probieren wir mal 5 probieren wir mal 5 und dann schauen wir weiter wollen wir da vielleicht einmal naja macht boss rush sicher macht boss rush so dann machen wir gleich mal den hier dann machen wir gleich mal und dann mache ich es natürlich ein bisschen immer einfacher weißt du was ich meine eine blutlache bewegen sich schneller ok ja wird schon mal nette herausforderung wenn sie schaden anrichten boah das ist nicht schlecht und sie werden stärker vor das das könnte böse werden das war die druckwelle das war die scheiß fucking druckwelle bis zur nächsten folge tschau na also bist du teppert bist du teppert ok da merke ok ich schau mir jetzt einmal nur die mission einmal ja ich schau mir jetzt einmal nur die mission an alter das war die scheiß fucking druckwelle der gegner hat mich nicht einmal angegriffen nicht einmal angegriffen hat er mich bis steppert bis steppert bis steppert bock mir leben gerade überhaupt nicht mhm 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 gerade dass ich da vielleicht auch einen neuen mag bist du narisch bist du teppert ich würde sagen chaos level 3 chaos level 3 klingt richtig gut chaos level 3 klingt richtig gut passt ja ich glaube wir sind alle einig passt nicht zu viel nicht zu wenig eine schöne Stärke leck mich am Arsch leck mich am Arsch leck mich am Arsch na na schau mir sichs lieber normal an schau mir sichs lieber normal an wer weiß wer weiß schau mir sichs mal wirklich lieber normal an äh bevor wir da hier wieder des und des ausnutzen weil ich glaube für fünf bin ich noch nicht ja 3 3 ist in Ordnung 3 ist in Ordnung 3 kann ich schon mal damit was anfangen ich glaube 3 ist auch so richtig meins glaube ich grad nicht zu schwach nicht zu stark und eine kleine Herausforderung ist doch nicht okay ist doch nicht okay ist das nicht okay ist doch nicht okay Alter, schau, wie viel ich in den Reihen puttere, Alter, bist du deppert. Bin ich jetzt schon wieder fast hin? Ich kann nicht einmal Heilung machen, Alter, wenn ich hin bin, bin ich hin. Geht's ja aus. Ja, geht's ja aus. Geht's ja aus. Bist deppert, wie war das nochmal mit Chaos Level 3 GD? Geht einmal an, Alter, nein, einmal wenn ich schlafen gehe, geht das. Alles klar, alles klar. Jetzt weiß ich, wo die Schwierigkeit gerade ist. Bist deppert. Und ich habe noch Chaos Level 1 ausgelacht. Am liebsten würde ich wieder zurücklaufen. Oh shit, beweg dich, beweg dich. Oh shit, beweg dich, beweg dich. Meier machen, ist der deppert. Ist der deppert, Alter, so schnell kann ich niemanden mehr machen, Alter, der ist lustig. Bin eh so ohren drauf. Geht mir mal, Alter, geht mir mal, Alter, geht mir. Jetzt haben wir die kleinen Wichser an und seid das wahnsinnig. Immerhin habe ich den großen Maier gemacht. Ist ja wenigstens schon mal was. Trotzdem habe ich mir gedacht, gerade so am Anfang, dass ich mir die Kaul, also mit den Legendstufen ein bisschen schneller Level, hätte ich mir gedacht gehabt. Irgendwie habe ich mir gedacht gehabt, dass das wirklich ein bisschen schneller geht. Ich will gar nicht wissen, wenn ich da gegen einen Popper... Ja, 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 gegen den hier. Gegen so einen Hurensohn. Das ist der größte Hurensohn, das es gibt. Ja, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ja, genau, genau, Alter, wie seine Mutter. Letztens. Alter, wenn so ein Wichser da ist, bist du tempert. Bist du tempert. Wie scheiße, geh. Da zur Folge halt ludmäßig, ob ich da jetzt wirklich was daherkriege. Oder ob das wieder nur so eine Witzfigur wird. Den Hüter der Reliquien. Du seht schon, dass der mich wegflexen wird. Das weiß ich jetzt schon. Okay, da hat wieder einer schön was liegen gelassen. Passt, perfekt. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Du steppst, da kann ich 120 Rollen machen währenddessen. Was wirklich praktisch ist, irgendwie macht der nicht so viel Schauen wie die aller anderen. Stärkeren. Find ich auch. Gut, dass wir reingehen ohne irgendwas. Ohne irgendwelche Spezial-Sachen. Sonst wäre ich, glaube ich, wieder der Gfickter gewesen. Ich finde aber trotzdem, das ist fertig. Also diese Reliquien, die da nicht wirklich jetzt früher da am Start sind, wenn man doch kommt bei der Chaos-Wirbel. Ist da mehr oder mehr Sekunde. War immer nur so. Ja, zwei, drei Fragmente sind es. War nicht mehr. Geht, geht's raus, geht's raus, geht's raus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hm, so ein Hurensohn. Hm. Aber wenn ich mal so eine Kiste finde. Auf das bin ich gespannt. Auf so eine fette Kiste bin ich gespannt. Was ich da rausgekriege. Für einen geilen Loot. Aber trotzdem noch immer nichts Grünes. Ich bin Chaos-Level-3 ohne was Grünes. Ah ja. Ich glaube jeder Profi-Haverer bei Chaos-Wirbel. Würde ich denken, weil der Haberer hast du einen Bäcker. Oder würde ich denken, ach der hat ja eh den Hexenjäger. Der ist sowieso OP. Alter, wahrscheinlich mit jedem anderen Charakter hätte ich mir... Hätte ich mir auch geschießen. Bis aufs Kreuz, glaube ich. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste aber was Besseres daherkommen, oder? Hm. 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 Ich glaube, ich beginne gleich zum Scheißen, Alter. Ja, bitte. Alter. Ich glaube, ich beginne gleich zum Rehren. Alter, dein Scheiß, ich ernst. Du wirst so richtig anal genommen. Und dann kriegst du nicht einmal irgendwas raus. Nicht einmal einen guten... Nicht einmal einen guten Loot. Nicht einmal einen guten Loot kriegst du raus. Bruder. Bruder, tut das weh. Das tut richtig weh, wenn du kämpfst, die wirklich dumm und deppert und kriegst nix. Außer vielleicht ein bisschen Legend. Das tut mir weh. Das tut mir wirklich weh. Dass ich nicht einmal einmal was wechseln konnte. Gerade von der Huhnskisten jetzt. Okay, ja, ich mache Relikienjagd, aber dennoch. Aber dann kann ich da trotzdem ein paar Bedürfnisse haben. Das ist perfekt. Weil ja auch bei so welchen Bosse ja was rausseffaut. Weil mir doch kommt, dass da wenigstens irgendwas rauskommt. Wurscht. Hat es auch Legends Stufe 20 und dann werden wir es so sehen. Was wir da wieder machen werden. Vielleicht wird es mir da vielleicht auch ein bisschen auf Heilung gehen. Und erlitten einen Schaden. Irgendwie so ein bisschen so ein Kombi halt. Was am besten wäre. Egal, hat es auch Dauerfall. Anschallah. Den Ring kannst du wieder in den Arsch ihm, Alter. Wird ja eh wahrscheinlich wieder nix gut sein. Äh, gib bitte. Pah. Tss. Tss. Tssssss. Tssss. Gib bitte. Nur Scheissdreck. Nur Scheissdreck kommt da rausse. Ich glaube, ich weiß schon, ich glaube, ich weiß schon, wer der Religien-Boss ist. Ich hoffe, ich weiß zumindest. Ich hoffe, ich weiß zumindest. Ah, okay, und wo ist nochmal die Invasionen? Gute Frage, Digi, gute Frage. Ich habe das ganz kurz gesehen, aber ich weiß nicht, wo ich das wieder aktivieren kann. Das ist halt wieder das. Alter, wenn er einmal schnupft, bin ich hier, Alter. Bin fast hinig, bin fast hinig, bin fast hinig. Scheiße, Alter, bin fast hinig. Alter, von wo kommen die Wichser jetzt schon wieder? Wieso kommen die plötzlich da her? Oha, Alter, das ist die ärgste Frechheit. Jetzt wirklich jedes Mal wieder aufs Neue vor, Alter, das ist schon... Das finde ich schon frech. Okay, einmal Chaos-Level. Also... Ich will immer Chaos-Level sagen. Das ist auch nicht wieso. Komm, komm. Ist jetzt nicht mehr viel, Alter. Komm, 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 komm. Oh, yes. Alter, 100.000 Trophäen, Alter. Nicht schlecht. Danke, Digi. Boah, heute hilft mir wirklich sehr pistnärisch. Passt, dann wissen wir wenigstens, was wir danach machen. Und wir sind jetzt wenigstens... ...Legend Stufe 20. Da werde ich dann gleich mal schauen, dass wir da was machen können. Da. Hört sowieso mal ganz schlecht aus. Aber ganz, ganz schlecht. Yep. Yep. Wieso kriege ich da nix? Ah. Hm. Hm. Start. Team. Achso. Na. Okay. Hier haben wir doch. Kommt das gar nicht so aus. Und vielleicht noch weiter.